Ich bin Annette Unger und kandidiere im Wahlkreis 7 in Pankow. Am liebsten laufe ich durch den Wahlkreis und lasse mich inspirieren von ganz vielen Ecken, die es dort gibt. Ich wollte mich gegen rechts engagieren. Mein Vorbild in der SPD ist Willy Brandt. Die Kostenfreiheit von der Kita bis zur Universität. Weil nur die SPD meiner tiefsten DNA entspricht. Ich bin authentisch, ich bin ehrlich. Meine Freundin, meine gute Freundin sagt immer, ich bin Brutto für Netto. Wie ist jetzt? Frage Untertitelung des ZDF, 2020